Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Jetzt bin ich schon ein bisschen Hirn-Brain-Afka. Minecraft. Together. Genau. Minecraft. Minecraft. Wir sind letzte Runde in den Neter gegangen. Klaas hat einen epic Jump hingelegt. Ich wollte hinterher. Hab auch einen epic Jump hingelegt. Aber nicht überlebt. Ja. Spoiler! Ja. Wieso Spoiler? Es war ja letzte Folge. Wie geht's denn hier runter? Merkst du schon, wo wir hergekommen sind? Nein. Dafür habe ich ja dich. Ja, gut. Sicherlich. Schön mit der Efficiency abbauen. Oder Silk Touch. Ich baue mit der Glückhub. Glück! Ja, wir sind auf der Suche nach den Neter. Wie heißt es? Erz. Äh, ja, Neter Quatsch oder irgendwie so halt. Sieht aus wie ein Nether-Netherrack nur mit weißen Punkten, oder was hast du gesagt? Ja, mit weißem Zweichsel drin halt. Denk ich. Glaub ich. Bist du dir sicher? Bin ich nicht. So, wir müssen uns merken, von wo wir kommen. Wir kommen von da oben. Hier, warte. Du kleine Nutter. Ich? Ich bin ein Kass. Was? Ja, weil er gesoffen hat. Ich markiere mal unseren Weg. Wo bist du denn hin? In welche Richtung? Wir könnten auch ein neues Portal bauen, ne? Oh, in der Tat. Da vorne kommt so ein Magma-Cube. Die Magma-Creme, die brauchen wir... Oh, ja, die sind sehr selten. Ah, welchen Tank kann man denn damit nochmal herstellen? Ich weiß gar nicht mehr auswendig. Ähm... Feuerprotection war... The Blaze Roads, ne? Weiß gar nicht, was das ist, ne? Ich glaube, dass man den Lava schwimmen kann. Feuer... Resistenz. Das ist immer ein Schaden, ne? Ich weiß, aber ich habe ja meine Diamantrisse. Aber es gibt immer ein paar XP, weil ich habe jetzt meine ganzen XP vorhin verloren. Was war ich denn für ein Level? Ich weiß es gar nicht. Links gibt es wieder Glauze. Da unten. Was? Wo? Und dann keine Textur bei mir. Wie ist das da? Da vorne links bei der Lava. Ja. Bei mir hat das keine Textur. Bei mir schon. Ich baue es mal ab, okay? Ja. Immer hier, Glosson. Aber da fall nicht in den Lava rein. Ja, ich baue es drumherum. Sicherheitsgürtel. Ein Sicherheitsgürtel? Gürtel. Da oben ist auch noch was über mir. Cool. So, mit was soll ich es denn abbauen? Mit der normalen... Mit der normalen Spitzhack? Eisen, oder? Was fällt denn da raus? Bei mir ist noch gar nichts irgendwie. Da ist denn jetzt nur XP rausgekommen. Was ist, wenn ich es mit... Oh, oh. Ich höre ein. Ghasti-Wasti. Ich bekomme auch nichts raus. Brauchen wir mit Zeltfatsch ab. Und das was bringt. Ja, natürlich. Dann kommen die Blöcke raus. Was hast du denn für ein? Nee. Doch, da habe ich netter Quarzohr. Oh, oh ja, da muss es in einem Systemgeschabt bauen. Das ist natürlich kackt, Jess. Toll, da geht es noch weiter nach unten. Warte, ich baue mir hier mal einen Sicherheitsweg nach oben. Oh, hier ist so viel für den Zeug. Oh, ja. Also, hier oben ist so was. Mal markieren. Da hinten ist auch Lava. Ja, ja. Wollen sie mich schwer natzen. Wow. Auf wen? Auf dich. Alter, voll erwischt. Das ist sechs Viech. Tot. Danke. Ja, ein bisschen Meta ausbeuten. Geht schon. Nein, warte. Ich kann es auch abbauen. Ich habe fünf Meta Quarz. Was hast du gesagt, geworden? Efficiency. Ich muss nichts sehen, weil es kein Ex-Zu bei mir hat. Alter. Ja, ich kann es auch abbauen. Mit welcher? Mit der Glück. Ja. Ich sehe es noch nicht, weil es kein Ex-Zu bei mir hat. Ich sehe es schon. Das sieht voll cool aus. Voll lässig. Warte, ich mache mal ein Ding rein. Ähm, an das Ex-Zu-Pack. Und zwar Default. Also, ich habe jetzt 13 Stück. Ich weiß nicht, was man damit jetzt machen kann, aber... Oh, Neta Quarz. Cool. Da ist noch mehr, hier. Ja, hier ist auch noch mehr. Alec, das ist viel XP. Ich baue es... Baue es jetzt... Mit welcher baue es denn ab jetzt? In der Glückspitzsacke. Glück. Ich hätte jetzt 19. 40. What the fuck? Kaum gibt es neue Rohstoffe, müssen die... Rohstoffgeilen Noten wieder auf Rohstoff-Suche. Ja? Das ist wirklich so eine gute Idee, hier beim Lava-Wasserfall... Äh, Lava-Fall... ...rum zu buddeln. Ich würde nur ein Ding haben. Das kleine Dingsdach. Aber das ist wieder ein Gas, wie bei uns. Das kleine Dingsdach. Komm zu mir. Baller ich ab. Loll! Der ist direkt vor dir. Das kleine Dingsdach. Ja. Das kleine Dingsdach. Ja. Cool. Und da hin. Ah, hier gibt's... Mit mir. Mal treffen können wir es nicht. mehr. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich hab Neta-Quarz. Ähm... Brauchen wir die... Ohr? Ne, wir brauchen das Quarz. Das hat bei mir keine Textur. Ja. Darum hab ich jetzt die Fold kurz reinbaut, zum abbauen. Soll ich auch noch die Fold reinhauen? Ja, mach mal schnell. Geht aber alles voll scheiße aus dann, ne? Ja. Kann ich mal da ne Glücksspitzsack haben? Vielleicht kommt da mehr raus. Ich hab schon zweieinhalb Stacks. Mach ihr das. Ja, sieht echt scheiße aus. Also für ne Aufnahme. Na. L-Liebe Honeyball. Schöne Stacks-Japack hast du da. gemacht. So. Wie viel kommt man denn von dem Teil? Äh... Keine Ahnung. Wie ist das hier? Hier ist so viel. Wie? So viel? Wow. Was ist denn das hier? Wo bist du denn eigentlich hin? Dann nur... Hier. Guckst du. Das Motherfucker schießt wieder auf uns. Auf mich. Motherfucker! Nach hinter dem Milch. Äh... Kann ich mal kurz eine Glücksspitzsack haben? Für die 60 Stück, die ich hab? Nicht verlieren. Ja, ich... Ich... Ich bunker mich mal hier kurz ein. Mach hier erstmal Licht. Hast du die Kohle dabei? Ich geh mal kurz hier hinten in die Ecke. Kohle? Nee. So, ich bau jetzt mal hier. Ab. Meter Quarz. Gibt so viel XP wie Kohle. Gib mir mal die Blöcke. Wieso? Dann platziere ich die und du brauchst die ab. Ich hab nur noch 8. Na hin. Du musst auch weggehen. Ja. Ich will nämlich wieder auf Stufe 10 oder so kommen, wenn's geht. So, wie glaub ich denn jetzt 40 Stück? So, hier ist dein Spitz. Ähm... Das hab ich auch nicht hier vorne abgebaut. Ich hab den dazugeschaut. Geht doch kurz. Hast du eigentlich grüne Platz? Ja, mein Inventar ist... ... fast leer, ey. Da ist kaum was drin. Hä? Loch. Ich glaub schaue noch mehr. Ja, ich schau grad. Mit Optifine. Du hast das ja nicht drin, oder? Ja, das sieht ganz viel. Da oben ist zum Beispiel eins. Da oben, hinten und Decke. Ähm... Dann der Mauer ist eins. Also, an der Mauer. Hast du... Ah, da, ja. Oh, das ist... Ja, schön. Geh mal hin. Da vorne ist eins. Das könnten wir uns wollen. Das ist da hinten. Ja. Dann buddeln wir uns rechts vorbei. So, ganz langsam und gemächt. Gemächtlich. Langsam. Sonst haut sich wieder runter. So, was kann man da mit dem Quarz machen? Ich muss da nochmal nachgoogeln. Da kann man am Quarzbleck überhandeln. Woah! Blablabla! Zurück! Mach halt einfach dicht! Komm, komm, komm! Mach halt einfach dicht! Eine Fresse. Woah. Das heißt... We changed the direction. Se directione. Wirklich in die Richtung, wenn du auch nach links gehen kannst. Einfach nach oben. Ja, hier hast du zum Beispiel was, ne? Schau, hier kommt man auch lang. Hier ist auch Quarz. Umschlossen von Lava, wen wundert's? Alter, hier ist viel. Ah, jetzt bräuchte ich dann wieder ein Spitzglück... Äh, nein, nein. Glücksspitz-HG. Spitzglück-HG. Spitzglück? Ja. Spitzglück ist immer gut. Ja. Ich hab hier grad... Passt so viel. Nein. Lava. Lava, scheiße. Ich hab Scheiße gebaut. Ich schlag mich nicht. How dare you? So. Ich hab wieder 10 Blöcke. Äh, es könnte eventuell sein, dass Lava zu dir kommt. What? Aber nur eventuell, ich weiß es nicht. Ich steh hier unten, by the way. Ja, dann eher nicht. Quarz. Quarz, Quarz. Quarz, Quarz. Quarz, so. Oh, hier ist ganz viel Gravel über mir. Schnell weg, schnell weg. Okay. So, 14 Blöcke? Ne, 16. Du brauchst die mit Silk ab, oder? Ja. Natürlich. Natürlich. So, ich merk mir mal, wo wir herkamen. Quarz. Oh, da kann man ja irgendwas aus Quarz bauen. Quarz-Rüstung? Oh, guck doch mal. Nee, nicht Quarz. Ein Gebäude. Ein Gebäude aus Quarz-Blöcken? Ja, irgendwie ein Tempel, oder irgendwie sowas. Da können wir halt nur Gott anbieten. Deine Mutter! Zum Beispiel. Ja, das ist eine... Das nennt man Gott. Vorrang die Idee. So, warte. Bin ich auch. Ich mach hier mal... Checkpoint Charlie. Wie? Ich weiß ja gar nicht, wo du grad rumwuselst, aber... Ich bin ja... Vorhin nach rechts gegangen, ne? Ja, ja. Ich bin nach links. Ich bin auch da, wo du dich hochgebuddelt hast, wo die Lava dann kam. Alter, ich bin 25 schon. Geiler Scheiß. Nein. Oh, das ist noch hier. Gibt's so viel XP? Das ist wie die MP7 in MW3. Ja. Oh, ja. Oh, die UMP in MW2, ne? Oh, ja. Ah, hallo! Ich bin hier. Ist ein Ruderschwer getötet? Schleim? Oder... Nein, gar nichts. Oh, nett. Alter, wie viel Quarz hier rumhängt. Aha. Ich schau grad. Findet man echt mal niedere Ecke. Das sind die Diamanten des Neters. Ach, da oben. Ah. Hast du auf Brightness hell gestellt? Weil die hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Ja. Ah, guck doch mal. Das sind meine. Meins. 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 Oh, oh, Gars. Da oben sind noch ein paar. Ich hätte 37 Blöcke. Alles klar. Ich mach mal nen Weg rüber. Ich glaube, es ist echt schlau, wenn man... ähm... Blecke... oder was machen. Also... erstmal lassen. Und die abbauen. Ich hab mittlerweile so viel von den Dingern. Ich hab hier mal nen Weg rüber gebaut. Jo. Hab ich schon gesehen. Warte, ich mach mal kurz. Was? Hier wär auch nur ganz viel Glowstone. Alter, wie ich hier durchgehe. Hui. Ist cool, ne? Ja, mit der Diamantspitzehacke schon. Mit der verzauberten. Weil ich brauchte... Ich hab wieder ein bisschen... Ding gebraucht. Hier mach ich mal wieder Checkpoint Charlie. Ich hab noch eine Fackel. Fuck. Hast du noch Fackeln? Ähm... Schieß'n Pfeil hin. Ne, ich schieß'n Pfeil hin. Ja, schieß'n Pfeil hin. Da... Ah, da, ja. Ich bin blind. Da ist eins. Und da hinten. Guck. Ja, da links. Genau. Und noch eins war da hinten. Ich hab... Ich hätt' gedacht, eben ne... Ah. Alter. So viel. Und siehste auch den Gast in der Richtung. Ich hab' noch 17 Pfeil hin. Ich hab' Infinity. Ja, ja, du. Soll ich die abbauen, oder? Ja. Okay. Ich hab' immer so viel Platz, ist das Problem. Ja, ich ja. Boah. Okay. Gas zieht. Hallee, hopp. Getroffen. Getroffen. Ist irgendwas ausgedroppt? Ich schau' mal kurz nach. Ja, XP. Aber wenn nicht. Ne, doch ne Tränen ist da. Cool. Droppen die jetzt irgendwie immer Tränen? Ich glaub' schon. Wie geil sieht das denn da unten aus? Voll die... Da ist Quartz in der Mitte. Haha. Zwei Tränen hat der gedroppt? Ne, eine. Jo. Ist irgendwie voll viel Quartz hier unten. Ja, ich hab' doch gesagt, wir müssen nur ein Stückchen weit gehen und dann... So, hier ist nichts mehr. Hier war noch. Ich bin 29er alt. So alt bist du schon. Ja. Ja. Oh ja. So. Quartz hätten wir. Zweite kleine Ader. Hier hinten war sie, glaub' ich. Perfekt. Das waren nur vier Blöcke. Brauchen wir eigentlich wieder Cloudstone? Ah. Wenn du bestes mitnehmen kannst, dann... Boah, denn hier war doch nochmal Quartz. Hätte ich gedacht, zwei. In 30. Ah, da, hier. Hier. So, das waren nur sechs Blöcke. Wuh. Alter, das sind hier viele. So. Mein Inventar füllt sich langsam. Alter, das ist hier viel. Siehst du, komm mal kurz her. Warte, ich hab' hier nur zwei. Der Neter. Immer wieder einen Tripwert. So, komm mal her. Warte, ich komm zu dir. Das ist mir eigentlich relativ... Ja, warte, du bist kurz. Ah, das ist sehr entspannt. Ja. Äh, willst du aufbauen? Weil ich bin 32. Ja, okay. Wo gibt's denn hier noch? Schau mal kurz her. Siehst du da unten die Insel? Direkt vor uns, unter uns in der Richtung. Machen wir hier wieder einen Checkpoint-Schale hin. Oh, das ist der letzte. Ah, hinten ist er. Schau mal kurz her. Ja, da wirst du hingehen, oder? Ja. Nein, nein, schau mal schau mal. Ja. Da runter, auf der Insel sind wieder sechs. Spring doch mal runter. Kommst du da hin? Ja. Du könntest theoretisch runterfallen. Und dann nicht wieder zurückbauen unten. Ja, komm mal hin. Hier sind nur noch zwei Stellen. Ja, ist super. Haben wir hier? Ist ja nur eins. Ähm, hier. Ist auch wieder nur eins. Ach so, fall nicht runter, fall nicht runter. Ja. Und hier. Okay. Und wie es jetzt dann weitergeht, das und mehr erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge. Wow. Wow. Nein! Da war ein Loch. Da ist ein Loch. Warte. Das mache ich noch. Guck fett aus. Fuck, 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 fuck. Wie macht der Helikopter? Fuck, 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 fuck. Nein! Ist auch in die Lava gefallen. Ich habe nur zwei effektiv abbauen können. Vier. So, ich mache hier wieder dicht. So. Und wie es auch da geht, fuck, wer schießt? Wer schießt? Äh, das. Da oben. Äh, das sofort in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's play. Minecraft. Lauf. Minecraft together. Minecraft together. Bis dann. Tschau Leute. Lauf.